Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von COD Black Ops 6 zu dieser verrückten, ungewöhnlichen... Oh, ich hab gerade auch so sehen, die Aufnahme beendet, weil ich musste ja das Spiel wieder entmuten. Und ich hab die Taste auf F10. Und mit F10 will ich auch die Aufnahme schließen. So, wir müssen noch zwei von diesen Schlüsselkarten holen, damit wir endlich aus dieser Nervenwanstein rauskommen. Wo ja angeblich, äh, Kate herkommt. Eine Nervenwanstein ist da oben. Also da. Oh. Ort gefunden. Administration. Irgendein Telefon klingelt hier wieder. Oh Gott, oh Gott. Wurde ich wirklich unter Drogen gesetzt? What the fuck? Der Entstehung der Wiege wurde hier dokumentiert. Sie legten ihre Berichte dem Direktor vor. Jetzt liegt es an uns. Vielleicht gibt er uns im Gegenzug seine Schlüsselkarte. Hm, kann sein. Wir finden die fehlenden Berichte. Das hoffe ich mal. Liegen die jetzt einfach irgendwo rum? Oder? Ach ja, doch, das liegt. Wir haben den ersten Bericht. Bitteschön. Einer erledigt, noch drei. Ja, das war super. Och. Sie waren alle mitschuldig. Folgen die mir jetzt? Nee. So böse sind die doch nicht, oder? Nehmen wir hier Panzerwesten. Nicht, dass wir hier wieder kämpfen müssen. Noch ein Bericht. Alter. Hört auf mit diesen Puppen. Ah, sie bewegen sich. Schnell. Alter, ist das scary. Oh mein Gott. Zwei gefunden, zwei übrig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen einfach da hingucken, wo die gerade hingucken. Weil wenn ich mich jetzt umdrehe, dann folgen die mir jetzt. Ich muss mich umdrehen. Oh Gott, oh Gott. Einfach so gucken. Wo ist der Bericht? Da. Gut gemacht. Alter. Oh, Alter. Oh, jetzt verfolgt mich wieder. Oh, oh mein Gott. Drei Berichte. Noch einer. Okay, einer. Hey, shit, shit, shit. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Hier. Nee. Kennt ihr, äh, den Loki-Film? Äh, nicht Loki-Film. Äh, die Loki-Serie. Oh mein Gott. Äh, das ist auch so ähnlich scary. Oh, Gott, Alter. Das war's. Oh, hi. Warum ist der denn so wütend? Ach Gott. Diese Puppen. Ich wusste, dass wir ihm nicht trauen können. Er hat die Schlüsselkarte. Er darf nicht entkommen. Ja, ich weiß. Der soll mal stehen bleiben. Kann ich ihn nennen? Ah ja, kann ich. Oh, hab ich dein Gesicht zerstört? Ey, hör auf, mich zu schubsen. Bleib stehen. Denkst du, ich seh dich nicht. Ich hab's da, mich immer nur schubsen. Und, jetzt hab ich dich doch. Siehst du, er ist ein Monster, wie sie alle. Oh ja, ich seh's. Oh Gott, oh Gott. Wieso muss das Game immer so übertreiben? Okay, okay, okay. Das ist aber falsch. Ich bin jemand. Na, komm doch her. Wo ist er denn? Also, bei Zombies kannst du mich hier nicht abschrecken. Außer, wenn ich einfach sterbe. Ja, toll. Ich konnte ja auch gut meinen Kletterhaken benutzen. Er hat die Schlüsselkarte. Als ob ich denn komme. Als ob ich den Typen jetzt nochmal ausschalten muss. Ist das bescheuert. Ja. Warte, hier. Ich hab doch getroffen. Alter, jetzt geht's mir richtig auf den Sack. Ich hab doch getroffen. Boah, Spiel. Alter. Ich habe doch getroffen. Was ist denn mit dem Game los? So, jetzt. Meine Güte. Ja, sei mal nicht so pissig. Boah, als ob jetzt dieser Stuhl jetzt im Weg war. Ich bin so auf den Sack. Bleib doch bitte stehen. Gott. So, komm, noch einmal. Bitte. Dieser Kletterhaken ist auch so weird. Guck mal, ich drücke. Ich drücke. Jetzt. Hä? Ich hab doch gedrückt. Oder muss man gedrückt halten? Nee, gedrückt halten bringt auch nichts. Oh, ist das so weird. Jetzt. Alter. Er ist ein Monster, wie sie alle. Wollt keine Zombies ranziehen. Wo ist er, wo ist er? Die Zombies alle wegmachen. Meine Fresse, geht mal nicht auf den Sack. Langsam habe ich auch wieder genug von den Zombies. Du bist ein Niemand. Okay, der war einfacher. Ich bin trotzdem davor gestorben. Fast geschafft. Nur noch eine Schlüsselkarte übrig. Ja, ich will hier raus, bitte. Nur wenige kennen die Ursprünge des Pantheon-Cates. Sie gehörten zur CAA. Selbst die anderen Geheimdivisionen kannten sie nicht. Irgendwie hätte ich mir schon denken können, dass die CAA dahinter war. Direktorzugangskarte erforderlich. Ich habe doch die Schlüsselkarte. Was wäre denn? So, jetzt. Direktorzugangskarte akzeptiert. Okay, eine noch. Das ist hier oben. Äh, nicht hier oben. Ach Quatsch, dort hinten. Hier. Ort gefunden. Gemeinschaftsprojekte. Ich sag ja, Nervenanstalt. Geheimdivisionen. Bitte sofort melden. Vielen Dank. What the fuck ist das schon wieder? Spülen auf, Case. Erhalte Schlüsselkarte. Geheimdivisionen. Oh, das war so klar. Okay, das nächste Monster. Dich fange ich auch ein. Jetzt ist es auf einmal Stranger Things. Oh, den Nahkampf. Oh, den Nahkampf bringt nicht viel. Soll mal rauskommen. Hier. Wie finde ich denn das aus? Einfach draufschießen? Raus. Hier drinnen. Ah ne, da ist er. Ja geil, der Greifhaken klappt ja super. Kannst du ihn nicht mal kurz stillen? An der Greifhaken. Er will halt auch manchmal nicht funktionieren. Okay, jetzt ist er wieder verschwunden. Nein, 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 nein. Ich hab nur die Schrotfinte. Die ist nicht wirklich stark. Ich täte dich. Stopp. Nö. Könnt mich mal. Ja, hier. Hier hoch könnt ihr jetzt nicht. Oh fuck, die können ja springen. Ich täte dich. Das ist mal jemand mir zu sagen. Ja, hier. Hier war er doch wieder. Ja, schon wieder. Komm raus. Wo ist er denn? Ich weiß, wie ich blöde oder so? Einfach irgendwo hinschießen oder so. Ja, Digga. Nur wenigen ist es vergönnt. Gemeinschaften... So, das war wieder dieses Teil. Hier ist sein Monzo. Welche oben? Nee. Es dient der Sicherheit von uns allen. Lass viel nicht einfach rauskommen. Oh. Hier. Oh. Hallo. Ja, was ist denn das? Kin. Kin. Keine Ahnung, wie ich das finden soll Wie hab ich denn das da vorgefunden? Hier hinten? Weil ich hab die Geräusche gerade hier gefunden Wo ist denn das Vieh? Boah, das geht mir gerade richtig auf den Sack Hä? Kann ich hier aber rausgehen Ich hab keine Ahnung, wo ist es Hier Weil ich einfach der Spur voll Ist schon wieder Was Hier Ah Man musste mal gucken, wo es sich bewegt Fuck, stirb doch jetzt endlich Dankeschön Also das war echt das Nervigste Vieh Ja, bitte lass mich doch endlich raus hier Sie versuchten die Wiege zu perfektionieren Aber die Nebenwirkungen konnten nicht gestoppt werden Wie wir wissen Wir waren der erste und der letzte Proband Also haben die Schöpfer sie zu einer biologischen Waffe umfunktioniert Direktorzugangskarte akzeptiert Zugang zur Knie-Technologie gewährt Ich will hier raus, bitte Oh Gott, ja, warte, 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 warte Natürlich Müssen jetzt noch Zombies kommen Boah Nach dem Zwischenfall hier hat Livingston das Wiegeprogramm eingestellt Und löste die Pythonabteilung der CIA auf Livingston war mit ihren Methoden nicht einverstanden Im Anschluss wurden wir rehabilitiert Aber nicht gänzlich What the fuck? Nein, nicht wieder ein Telefon Denk an deine Ausbildung, Case 1 Du darfst nie über das Wiegeprogramm sprechen Oder die Pantheon-Division Niemals Die Konsequenzen wären unvorhersehbar Ich zette dich Nee, Digga Es ist doch nicht vorbei Ach, verdammt nochmal Aber ich finde die Musik geil Das ist super Man, Case Kannst du bitte aufhören Im Drogenhaus zu sein Alter, das ist wieder Schleim von Venom Ja, verpiesst euch doch mal Ja, ich hab gerade einen Anfall Alter Das ist eine gute Beschreibung Mann, mir geht die Muni aus Also wenn es so weiter geht, dann ja Weil mein Gehirn hält das nicht lange aus Du hast uns hängen lassen Ich hab gar nichts Was wollen die immer Von mir Du hast uns hängen lassen Wo bist du gewesen Wo ist der Oberboss? Da Jetzt hier weg Ich meine, wo ist die Musik? Alter, ist das leblos geworden Ohne der Musik Ich bin's Ich bin's Marshall Er kommt zu sich Alles wird gut Was immer das für ein Trip war Hab gerne verzichtet Was dir Zeit Ein Wunder, dass du's hier hochgeschafft hast Case Wir haben da was Sieh's dir an Jemand hat eine große Menge von Was immer das hier ist Genommen Letzten Sommer, wie es aussieht Das Pantheon Das muss die Wiege sein Was ist das? Ein Halucyno-Gen? Scheint so Case, du warst bereit, uns beide in Stücke zu reißen Hab sowas noch nie in deinen Augen gesehen Hoffentlich auch nie wieder Nichts wie weg von hier Hey Seht euch das an Kein Popcorn Ich mein's ernst Meine Aufmerksamkeit hast du Ist das die Desk? Allerdings Nein, 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 nein Wichtig ist das Ja, genau so Bereit, Dr. Gusev? Bring sie rein Test Subjekt 18 wurde mit der Wiege infiziert Sie ist jetzt in der Nähe des Kontrollsubjekts Die Übertragung sollte jeden Moment eintreten Eine biologische Waffe Das wussten wir schon Schaut weiter Ist der Verlauf jetzt schneller? Schneller, ja Und noch aggressiver Wie gewünscht Wunderbar Ist das nicht deine Freundin? Hallo? Das ist es Hoffen war das schon Scheiße Da ist aber noch nie Ich sagte es heute nicht aus Hilf mir mal Nimm das andere Ende, okay? Okay Gut, dass du auf bist Nehme an Der Trip, auf dem du warst, wirkt noch nach Und du weißt schon Zu erfahren, dass du ein Missstück zum Freund hast Immerhin hast du den Hauseinsturz verpasst Mitten ins Wasser Ich überlege Ab jetzt draußen zu schlafen Legen wir es einfach hier ab Ich will Marshall nicht stören So schlampig Ich will euch auch nicht stören Deswegen werden wir jetzt hier noch Ach, die wollen noch einen Dialog machen Das schon wieder? Ganz am Ende des Videos Hör hin Okay Hör hin Ich konnte hier Gusev isolieren Den Moment da im Hintergrund Jetzt Wir warten noch auf B24 Eine Überweisung von Fucina B24 Eine Überweisung von Fucina Wer zu erlässt Fucina? Keine Ahnung Nicht wer? Was? Fucina ist das Casino Lutazi Nur die Lutazis und ihre Geschäftspartner nutzen diesen Alias Adler vermutete Eine Verbindung zwischen Avalon und dem Pantheon Jetzt wissen wir's Nicht übel Und B24? Ich hab mal für die Lutazis gearbeitet Bedauerlich, aber profitabel Ich hab einen Kontakt, der Licht ins Dunkel bringen könnte Wollt's für Felix, einen Zusammenhang zu finden? Seth, du auch Wir brauchen einen Plan Marshal Können wir reden? Okay Jetzt können wir Weil ich will noch Jetzt Was aufbauen Und zwar die Gear Station Also nach diesem Nerventrip Muss man sich auch erstmal entspannen Das war ja echt Horror Jawoll Wurz, wird noch ein Bierchen? Was? Tu nicht, als kennst du meine Gefühle Dein Schmerz gehört dir, Marshal Aber Verrat ist mir nicht fremd Ja? Ja, ja, Leute Ihr habt euren Zeugs Äh, wo ist Ich bin kein Wettbewerb Ah, ja Okay Robo, sie hört die Zahl Oh, das ist gut Das ist gut Nehmen wir direkt mal Ähm Noch mehr Leben Ähm Beginnt nach erlitternden Schaden Das ist auch gut Ähm Erweitertes Magazin Ist auch sehr gut Und Panzerschwein Okay, Leute Dann würde ich sagen War es das erstmal mit der Folge Ich hoffe, es hat euch gefallen Die sehen uns beim nächsten Mal wieder Haut rein Ciao, ciao